Willkommen zurück zu Let's Play! New Super Mario Bros. U! Es geht direkt weiter mit dem Superstar Boulevard Lucky 2, Lucky 2, Lucky 2. Na Gott, oh ne, ich hab schon echt Angst vor dem Level. Weil Lucky 2 einfach so ein Kumpan ist, den mag keiner. Okay, zack. Jetzt wollen wir uns da erstmal ein paar tausend Münzen. Okay, das hier wird gefährlich. Wir wollen am Leben bleiben, bleiben bleiben. Da 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 da. Okay, unser guter Lucky 2 lässt sich noch nicht... Ja, wenn man vom Teufel spricht, ist er nicht weit, Leute. Da 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 da. So, zack. Ja, das war echt gut von mir. Hey, oh, ein Pilz. Da 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 da. Okay, ja, von da oben kommen wir an ihn ran. Waaah, wenn wir dann nach da oben kommen. Okay, komm, Herr mein Freund, komm. Zack. Okay, perfekt. So, dann können wir hier nach oben. Na, bringt uns nichts. Ich hoffe, da hinten war keine Starcoin. Ach, und da ist gleich der zweite. Moment, den hauen wir dann weg und nehmen seine Wolke. Da 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 da. Okay, und da ist gleich der nächste. Komm mal her, mein Freund. So. Hey, 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 hey. Zack. So, dann nehmen wir seine Wolke mit. Ach, und da ist wieder gleich der nächste. Moment, zack, dann nehmen wir seine Wolke mit. Okay, und da ist schon wieder der nächste. Zack, dann nehmen wir doch seine Wolke mit. Okay, ja, das gefällt mir bis jetzt. Gefällt mir echt sehr. Ach, und da ist schon wieder der nächste. Warte, hey, komm mal her, Lucky Two. Komm mal her. Nein, okay, gut. Da 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 da. Zack, da da da. Okay, das ist echt eine gute, ähm, Extra-Leben-Hohl-Methode. Da 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 da. Zack. Okay, gut. Ja, dann wollen wir mal Richtung Ziel. Gut, das war ein echt gechillter Level. Hey, ich möchte gern... Okay. So, wunderschön. Haben wir uns halbwegs durchgecheatet. Aber ich mein, hey, wenn die mir Lucky Toos geben, dann nutze ich diese Lucky Toos auch. Gut, okay, die Aufnahme läuft. Da muss ich nur kurz nochmal sicher gehen. So, kurz wieder. Herzlin anstecken. Zack. Okay. Weiter geht's mit Mysterium der Mond. Was? Morgensternfestung. Mond. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Okay, ja. Ich kann mich daran noch erinnern, das war beim ersten Mal durchspielen. Nicht witzig. Also, eigentlich ist der Level in sich ganz cool. Nur habe ich halt echt Jahre gebraucht, um ihn fertig zu spielen. Nennt mich schlecht. Aber es war so. Okay. Aber ich kann mich noch halbwegs daran erinnern. Das erstaunt mich. Da, 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 da. Ja, das war super, aber wir bekommen hier glaube ich gleich noch eins. Ne, kommen wir nicht. Super. Da, 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 da. Das war echt schlecht. Da, 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 da. Da, da, da. Was habe ich mir da denn nur beigedacht? Das war echt schlecht. Let's go. Loser Mario. Mach er los. Mach er, let's go. Okay, einfach durchrennen. Geronimo. Okay, du blöder... Knochen... Stach, du tötest mich erst mal. Okay. Denn wir wollen ja wertvolle Partzeit einfach verschwenden. Wieso auch nicht. Mysterium der Morgensternfestung. Ach so, deswegen... Ach da, ach so. Ich blick das jetzt. Ich blick das erst jetzt. Morgensternfestung, weil die Morgensterne durch die Gegend fliegen. Oh man, ich bin ja echt ein richtiger Blitzmerker. Da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Okay, los geht's. Jetzt geht's richtig ab. Okay. Ja, Moment. Du kannst hier mal wieder schön zurückkommen. Zack. Ah, komm. Ja, ich wusste nicht, dass die dann gleich ihre Stacheln da raushauen. Da, 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 das war echt schlecht. Oh Gott, was ist da los? Oh Gott. Okay, ja, ich sollte mal das dieses, diese, diese super grässlichen Stimme singen lassen. Okay, Moment. Okay. So, wir wollen hier hin. Wollen wir hier hin. Wollen uns hier das da, um uns das da zu holen. Und hier nochmal jeden einzelnen weg. Extra leben. Wunderschön. Da, 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 da. Und gleich noch eins. Und noch eins. Okay, ich bin nicht sicher, in welche Richtung das Teil steigen sollte. Okay. Ja, das passt. Da. Na, super. Ich hab mich fallen lassen sollen, du Idiot. Aber wir leben irgendwie noch. Oh Gott, ich muss dieses singen lassen. Okay, ich weiß nicht, was gerade falsch läuft, aber irgendwie überleben wir das hier gerade. Zack. Oh Gott, 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 oh Gott. Nein, 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 oh Gott. So, und hier müssen wir schnell sein, Leute. Ja. Das gibt's doch nicht. Ja. Ich dachte, das Teil bleibt unten. Nein. Oh Gott, ich hasse dich, Spiel. Ich hasse dich. Wir waren doch so kurz vor Ende. Ich musste nur noch dieses letzte Starcoin holen. Das ist nicht cool. Oh Mann, was ist da denn bitte los? Ich hab kein Plan. Oh Mann, ich bin so richtig schlecht und sollte aufhören zu singen. Aber das geht nicht. So, zack. Das war schlecht. Wie hab ich es am vorhin geschafft, mich da durchzuhauen? Oh, let's go. Okay. Komm, ich wollte jetzt eigentlich drei Level in dem Part schaffen. Dann wäre das entweder das Ende des Let's Plays oder wir hatten im nächsten Part noch einen allerletzten Level zu spielen. Da, da, da. Ja, wir haben, oh Gott, das Let's Plays ist ja fast zu Ende und ich hab immer noch nichts zu machen. Achso, nein, nein, stimmt. Ich wollte ja Sunshine danach let's playen. Wobei ich mir da noch nicht ganz so sicher bin. Sunshine oder Galaxy. Weil Sunshine, das wird halt echt sauschwierig, da nochmal die ganzen blauen Münzen zu finden. Ich mein, jeder, der das Spiel kennt, der weiß, dass es ein Mörderspiel ist. Verdammt. Ich wär schnell genug, aber wir sind nur Mario und nicht Sonic. Oh, komm Mario, du sollst einen Minisprung machen. Ich tippe ihn nur ganz kurz so an, um zu springen. Und er springt einfach fünf Kilometer hoch. Mysterium der Morgensternfest. Okay, das ist die einzige Chance, hier ein, äh, eine, eine, eine Eisbühle zu bekommen. Das macht mich jetzt etwas traurig. Wirklich sehr traurig. Okay. Ja, super. Da, 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 da. Okay, los geht's. Ja, super. Da, 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 da. Okay, das heißt, er will, dass ich losrenne. Soweit das Teil hier auf meiner Seite ist. Und dann klappt das alles. Okay, perfekt. Von mir aus. Hauptsache, wir leben. Da, da, da. Da, 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 da. Gut. Dass er sich da nicht jedem Knochen bricht bei diesem Stürzen. Ich bin auch ein Mysterium, aber was soll's. Wir fragen das alles nicht. Wir spielen einfach nur. Hey, hey, hey. So, mindestens ein extra Leben muss drin sein. Okay, aber es sind, glaube ich, höchstens drei. Ja, höchstens drei, okay. Und wir kriegen genau drei. Perfekt. Okay, die Frage ist, wann will ich losren? Ich glaube. Ich war so sehr auf den rechten Bildschirm ran konzentriert, dass ich einfach nicht... Oh Gott, Leute. Wieso bin ich denn so schlecht? Ich meine, wir haben das komplette Let's Play über eigentlich richtig gute Arbeit geleistet. Nur ab und zu gab es so richtig dumme Fails von mir, aber... Hey, die hat jeder mal. Aber jetzt? Kommt, so blöd kann man sich doch nicht ranstellen. Das ist irgendwie... Immer so auf dem Endspurt. Ich meine... Wow, war das cool. Ich meine, wer 3D-Wild das Let's Play zu Mario 3D-Wild gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Ja, mit dem allerletzten Level, das war echt schon... Ich bin da für das Geräusch, ich hab meinen Kopf gerade gegen das Mikrofon angehauen. Ich hab das angehauen, drauf gehauen. Wie kann ich denn so schlecht sein? Mir hätte ich fast meinen Timer vom Bett geworfen. Das ist mir jetzt sowas von egal. Wir hauen hier einfach durch. Okay, zack. So ein Minisprünge kriegt der hin. Wieso rennst du denn nicht über dieses Loh-Mario? Wieso tust du mir das an? Ich hasse dich, du fetter Klempner. Okay, komm. Los geht's, los geht's, los geht's. Wir schaffen das. Für Sparta. Nein, this is Sparta. Nicht für Sparta. Da. Sein Kopf ist da im Abgrund. Kann er von mir aus auch bleiben. Da, da. Und zack. Perfekt. Okay, Moment. Hier möchte ich so anfangen. Dann hier kurz die Starcoin holen. Okay, und dann hier direkt losrennen, losrennen, losrennen. Okay, perfekt. Das passt hier. Gut. Mal auch eine Taktik entwickelt. Ich dachte ganz ehrlich, als wir hier gerade beim ersten Mal waren, dachte ich, hey, ich hatte den Level viel schwerer in Erinnerung. Komm, das schaffen wir im ersten Versuch. Beim ersten Versuch. Im first try. Und dann, was passiert? Ich bleib da mal lieber geduckt, für den Fall der Fälle. Was passiert? Wir machen so einen richtig dummen Fail. Und jetzt kommt Fail Nummer 1 nach Fail Nummer 3 und nach Fail Nummer 7 und was weiß ich. Also, ein Fail nach dem anderen. Okay. So, zack. Zack. Dann wird das auch. Ah, okay. Nein. Da, 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 da. Okay, momentan. Hier kann ich meine, ähm, Asper holen. Wunderschön. Da, 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 da. Okay, weiter geht's. So, das kann ich mir hier einfach so sicher machen. Ja, wir gehen aber mal runter, für den Fall der Fälle. Falls das uns doch umbringen sollte. Okay, aber es sieht ganz gut aus bis jetzt. Da, 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 da. Okay, das läuft echt super. Okay, komm, komm, komm Morgenstern. Danke, 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 danke. So, und jetzt warten wir, bis das Teil wieder zurück geht. Dann erst hier rüber zu springen, um dann das hier zu machen, um dann da rüber zu rennen. Diesen Hit mitzunehmen, um an die Starcoin da oben zu kommen und hier durchzurennen. Okay, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, Leute, wir haben es geschafft. Gott. Okay, jetzt will ich hier nicht elendlich drauf gehen. Oh, hier muss man aufpassen. Man denkt, man kann da einfach durchrennen. Also, gegenrennen. Aber man rennt einfach durch. Also, passt echt auf, Leute. Das kann richtig dumme Fails geben. Ja, Mario-Zeit. Super. Haben wir den kompletten Part mit diesem einen Level verbracht. Ich zähle den Level davor nicht, weil der so mega einfach war. Okay, dann haben wir jetzt im nächsten Part den allerletzten Level. Den allerallerletzten Level des kompletten Spiels, Leute. Der letzte Level steht jetzt zur Verfügung. Hier wurde der vierte Stern verliehen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, im nächsten Part betreten wir diesen Level hier. Superstar Boulevard 9, den Panzer im Visier. Tja, Leute, dann heißt das Abschied nehmen im nächsten Part. Das wäre es dann für das komplette Let's Play. Und ja, Nachfolger, lasst euch überraschen. Entweder Mario Galaxy oder Mario Sunshine. Ich bin mir selbst noch nicht ganz so sicher. Aber das wird sich ja dann übermorgen klären. Das war's heute. Mein Name ist Vitus und wir hören uns morgen im letzten Part wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.